Wir begrüßen Sie recht herzlich bei bbartikel.de. In dem folgenden Video präsentieren wir Ihnen den Jockstar 3 Facelift von TFK, Trends for Kids. Er besticht durch seine hohen qualitativen und sicherheitsrelevanten Ansprüche. Er fügt sich perfekt in den Alltag ein und ist durch seine Vielseitigkeit ideal für Sportler. Dank dem feststehenden Vorderrad und den Luftreifen mit Kugellager und Speichenfelge eignet er sich hervorragend für sportliche Aktivitäten wie Joggen und Skaten. Er ist mit 12 oder 16 Zoll Rädern erhältlich. Während des Joggens haben Sie sicheren Halt an der rutschfest und mandelten Schieberstange, die Sie bequem auf Ihre Höhe einstellen können. In Griffnähe befindet sich die Handbremse, durch die die Scheibenbremsen die Räder zuverlässig blockieren. So können Sie kontrolliert aus dem Lauf heraus abbremsen oder die Fahrt auf abschüssigen Wegen verlangsamen. Die Hinterradfederung sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl für Ihr Kind. Das sportliche Multitalent bietet einen besonderen Fahrkomfort. Die ergonomische Rückenlehne ist weich gepolstert und ermöglicht ein gesundes Sitzen. Über die zweiseitlichen Reißverschlüsse können Sie sie in vier Stufen variieren. Sind beide geöffnet, kann Ihr Kind bequem liegen. Das Drittbrett lässt sich einfach anpassen, indem Sie es einklappen und über die Führung verschieben. Ist die Rückenlehne in der liegenden Position, können Sie es einfach waagerecht klappen und fixieren. Dank atmungsaktivem Bezug wird die Luft- und Temperaturzirkulation optimal reguliert. An der Sitzeinheit befindet sich der sichere Fünfpunktgurt. Zusätzlichen Schutz bietet der verstellbare Frontbügel, den Sie auch komplett entfernen können. Der Außenstoff ist wasserabweisend, lichtecht und abriebfest. Dank hochreflektierendem Einfassband werden Sie auch in der Dämmerung gut gesehen. Das große Verdeck schützt vor Wind, Regen und gefährlicher UV-Strahlung. Durch das Sichtfenster haben Sie immer Blickkontakt zu Ihrem Kind. An den Außenseiten befinden sich zwei praktische Utensilientaschen, damit die wichtigen Dinge immer griffbereit sind. Im vorderen Verdeckrand ist ein Moskitonetz eingerollt, das leicht über den Sitz gezogen werden kann. In dem geräumigen Einkaufskorb können Sie das Lieblingsspielzeug für Ihr Kind transportieren, sodass Sie beim Joggen nicht stören. Weitere Kleinteile lassen sich in den Utensilientaschen an der Sitzeinheit verstauen. Der robuste Alu-Rahmen lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammenfalten. Öffnen Sie dafür die seitlichen Verschlusshebel und lösen Sie die Zweitsicherung. Drücken Sie die Schieberstange nach vorne und klappen Sie sie ein. Danach einfach an den hinteren Griffen ziehen und mit dem Fuß in die entgegengesetzte Richtung drücken. Durch Entfernen der Räder verkleinen Sie das Packmaß zusätzlich. Mit optional erhältlichem Zubehör können Sie den Jogster im Handumdrehen Ihren Bedürfnissen anpassen, zum Beispiel mit den Babywannen Multi-X und Quick-Fix sowie mit einer Babyschale eignet er sich hervorragend als komfortabler Kinderwagen für Ihr Neugeborenes. Der zusätzlich erhältliche Regen- oder Sonnenschutz sowie der Fußsack schützen bei jedem Wetter. Durch das patentierte Bremssystem gehört der Jogster 3 zu den sichersten Modellen auf dem Markt und unterstützt dank seiner besonderen Eigenschaften einen sportlichen Lebensstil.